Slavia-Brat gegen Al-Hilal. Auch diese Gruppe. Spannend. Jeder hat einen Punkt. Al-Hilal hat einen. Slavia hat drei. Meine Damen und Herren, es geht um die Wurst. Bei Hilal aber nur um die Putenwurst. Warum? Kein Schweinefleisch und nichts? Ich bin sicher. Kennst du den? Naja, Fraser vielleicht nicht. Schubelai nicht, Ring nicht. Ja, stimmt. Ich bin ja schon keiner mehr dort. Ja, ich weiß gar nicht, welche Mannschaft am meisten wehtun wird. Das ist bei mir auch schon der Gedanke. Momentan. Es wird eng dieses Jahr. Die Kernen, der sich so richtig raussticht. Das muss ich jetzt wieder aufgezeigt. Oh. Oder stark. Und der rennt auf Verdacht schon weiter. Scheiße. Tja. Aber das war ein starkes Spiel. Also verdacht haben wir schon gerade ausgelaufen. Bitter für Al-Hilal dieser Stadt. Leichter wird es jetzt nicht. Ich nicht. No. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt kommt er. Wow. Schöner macht aber. Schön gespielt. Ausgekonterter Konter war das. Nein. Oh. Schöner Bus. Das war's. Oh. 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 Ja, sie lassen sich aber nicht runterkriegen. Feuer! Abschuss! Ja. 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 Ah. Stark. Ja. Es ist leider gut, bislang. Adel hat es sehr bemüht. Leider im Verlust gleich eine sechste Minute dann der Patzer vom Guli und ja jetzt. Mit ist unser Pech. Das Tor war schön von der Entstimmung her. Einer im Wechsel hat es gegeben. Oh, da. Wo ist denn der jetzt herkommen? Oh, noch was drin. Oh, da. Wo ist denn der jetzt herkommen? Ja. Oh, scheiße. Stark, Schultz. Stark, Schultz. Stark, Schultz. 1, 2, 1, 2... Schultz 1. Champions League der Falle. weiter und jetzt fahren wir zu Sanja nein weiter was war das jetzt arbeitsverweigerung oder nicht scheiß die warte aber wir vom vorweg geht noch so am bau das ist natürlich sehr bitter in dieser halbzeit eingestartet gleich zwei Tore innerhalb weniger Minuten die Und die Backel Ja, schade, ich habe sehr gut angefangen, Sturz, also angefangen ist nicht gut, aber haben sich sehr stark gehalten und haben gezeigt, dass es auch können, nur mit dem 1 zu 0, aber ich war so ein kleiner Knackpunkt. Nein, da geht gar nichts mehr. Oh, das zählt. Ja, aber auch nicht. Hat zuerst gehabt, absetzen. Ja. Die ist wirklich absetzen, aber gut. Ah, scheiße. Und was kann ich sein? Er ist bei ein Stein gestolpert. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ja, so geht es dazu bei den. So, Papa. So, Papa. Nein. 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 Ja, ich glaube, auf Hulk sollte man öfter zählen. Der bringt Schwung rein. Nein, du bist ja ein Arschloch. Ciao Nummer 2. Mann, oh, okay, doch. Man ist letzter Mann. Okay, das muss man jetzt umziehen. Ja, leider. Aber hier konnte ich ihn nicht einsetzen. Vielleicht im nächsten Spiel, dann im letzten. Ja, aber sonst ist er ja recht gut, der Goli. Nein, jetzt hat er sich verletzt. Ja, der Goli. Na, der Spieler. Boah. Genau, meine. Genau, meine. Nein. Nein. Ciao, die dritte. Nein, das ist, glaube ich, hinterloch. Einer, das war der Elfer, glaube ich, gell? Ja. Ich glaube, schon, aber ich habe es nicht genau gesehen. Den habe ich auch fliegen gesehen. Top, 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 top. Eure. Eure, was machst du? Ja. Ja. Eure, was war jetzt? Absolut, okay. Der schnellste kommt gerade am Ball, Eure. Eure. Da legst du ihn nieder. Das war gar nicht meiner. Eure, ich dachte, weil er schwarz ist. Und ich wollte ihn lieber ausweichen, dachte, er wäre wieder weg, sonst. Okay. Eure, ich habe jetzt die Uhr verpeilt. Nein, ich habe jetzt gar nicht aufs Tor genommen geschaut. Ich habe nirgends gesehen, er ist ein schwarz und bin weggelaufen. Danke. Fail. Ja, stimmt. Diesmal ist schon. Das war so, wie wir geglaubt haben. Der Gole steht nicht drinnen. Ja. 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 Vielen Dank.